So Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass ich es euch schmackhaft machen konnte, hier in das schöne Wetter rauszugehen. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal ein bisschen mit den Necromorphs im Schnee. Traumhafte Sicht. Jetzt sind wir aber bei der Demo, oder? Ja! Also ich wollte doch sagen, irgendwo kommt mir das doch jetzt bekannt vor. Wow, 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 wow! Mit Ansage, oder was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich es nicht auf Xbox spiele, weil ich mir dann wahrscheinlich bei dem Zertrampeln, Looten, Schießen Knoten in die Finger gemacht hätte. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Und ich weiß, was passiert, ihr wisst es wahrscheinlich auch, aber wir müssen es tun. Genau das meinte ich. Oh! Oh! So, sind wir uns hier mal hoch? Also, nix passiert. Alles gut. So, und das kennen wir doch auch. Auch aus der Demo hier. Ich hab doch zwei gehört. Na gut. Nicht so hastig, Kollege. Nicht so hastig. Wie geil das Ding jetzt nachlädt, ne? So richtig schön schnell. Richtig gut. Boah, was eine Aussicht, oder? Ist das geil, oder was? Ist das geil? Wir blenden uns nicht hier. Die Sonne darf uns blenden. Also, es sieht richtig gut aus. Sehr authentisch. Ja, egal. Kommen Sie, es gibt Ärger. Scheiße! Hang vor! Kommen Sie durch unsere Wand! Hören Sie, Sie sind unterwegs zu liegen! Ja, ja. Wir holen uns erstmal einen warmen Hintern, ne? Kommst hierher! So, Generator an. Nein, Anzug. Brauch ich. Sollen wir den jetzt wechseln? Eigentlich können wir den anbehalten, ne? Ich bin eurer Leuchtwackelspur gefolgt. Geht's euch allen gut? Ich hab Kava gesehen. Ja, uns geht's gut. Kava ist in der Nähe. Wir hören ihn. Isaac, beeil dich bitte und komm hierher. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell, wie ich kann. So, ich komme so schnell ich kann, aber vorher gucken wir nochmal auf der Bank. Können wir nochmal ein bisschen was abladen. So. So, wir haben so viel Wolfrahmen, dann können wir hier auch noch die letzte Platine machen, denn da haben wir nochmal plus zwei Schaden minus ein Clip. Und dann können wir nochmal unsere beiden fleißigen Roboter losschicken. Auch wenn die wahrscheinlich hier drin nicht viel finden werden, aber... Wir haben die Kums nach draußen hier. Viel Spaß. So, dann geht's hier mal hoch. Und wer die Demo geguckt hat, weiß auch, was jetzt passieren wird. Scheiße. Genau das. So, dann geht's. Also, kein Problem. Also, kein Problem. Jetzt pacieret. So, dann geht's. Das war immer. Scheiße. Scheiße. Fuck. Hey. Haben wir keinen Schuss mehr? Was ist das denn für ein Scherz? Na geil, ey. Oh Mann, ey. Wo soll ich denn jetzt am Schuss kommen? Ach, hier liegt was. Wer sagt das doch? Nein, 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 nein. Jetzt mach hier nicht Ende. Oh Mann, ey. Und ich will das... Was ist das für ein Schuss? 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 Ach, nicht in dem Moment jetzt. Fuck. Ach Gott, wie schlecht ist das denn gewesen? Ah, da waren wir am Drücker. Und dann geht uns die Kack-Munition aus. Was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Ach ne, das ist das für ein Schuss. Hände schonen um Mistfeed Na also, warum denn nicht gleich so? Hau bloß ab, du Krabbe, oder was auch immer das ist Alter, und ich dachte, wir hätten unendlich Schuss, ey, wir hatten doch so viel Haben wir das alles hier liegen lassen, oder wie? Ganz toll Gut Ja, und Stase, 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 wie auch immer So 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 Dann geht's mal weiter. Schwerer Standardrahmen. Nehmen wir mal mit. So, was gibt es da oben? Ein Impulsgewehr. Interessant. Textlog. Die Textlogs finde ich jetzt aber... Ja, immer so halb interessant. Ach was Leute, wir machen hier ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's weiter. Bis dann. So, jetzt. Hier ist das Ding. Hier ist das Ding. Jetzt understand. Wir machen hinten. Dann kommt die Handет version to noch. Wir sind schnell. Vielen Dank.